Okay, ähm, so, können tun wir das alle, nur ans Bord bringen ist die Kunst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sind mal weise Worte. Das kann so viel nicht. Du kannst es auch so nicht. Doch, du wirst es noch kennen. Bestimmt. Du hast ja auch voll den guten Lehrer zu Hause. Ich frage mich, wenn ich groß bin. Ich frage mich, wenn ich groß bin. Ich hab's noch nicht gesehen. Hi, Pat. Soll ich kurz die Pointe bringen von der Story, die du gesagt hast? Welche Story hab ich denn da? Guck mal. Von dem Spiel in der Gruppe. Ach so, erzähl uns kurz für die Leute, die eben schon da waren. Ich war kurz weg zum Spielen, wir waren scheiße. Es gibt doch echt immer so Menschen, die sich so extrem, dieses Bedürfnis haben, sich mitteilen zu müssen. Die kreativieren sich den gesamten Körper. Darf ich frei reden hier oder wird das nicht hier zensiert? Also keine Schimpfworte bitte. Sonst werden wir gesperrt. Das möchte ich nicht. Das Tochspiel ist ja schon vorbei. Es geht immer noch um das Spiel von René Adams und Nico. Ja, sag ja, das ist ja schon vorbei, das Tochspiel. Okay. Danke. So. Nix, nix, nix sagen. Nee, behalte... Kaffee ging, ne? Kaffee ging, ne? Ja, der ist lecker. Behalte den natürlichen Wurfs hierbei. Also es ist... Viele fragen auf einmal, wie greifst du denn da? Wie machst du dies? Wie machst du das? Ich kann euch beide gerichtet. Äh, er befreundet nicht. Wie bitte? Ich fürs nächste Mal. Ja, du bekommst mir auch nicht. Schade. Tschüss. Ja, oh Mann, oh Mann, ich hab's verpasst. Check. Check. Mann, Mann. Doppel 16. Ja, nee, rass dir jetzt nochmal aus. Warte mal. Ja, super. Angi, warte, dann, äh, ich, 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 ich geh den Dach erst mal eben drücken, ja? Ich bleib hier. Warte. Ich hab mich nass gemacht.